Grüß dich und willkommen zur TAP! Herausforderungen in Bloons, das ist 6 am 18.07.2023 auf der Karte Bloons, Schwierigkeitsschub und Mittel. Und das sind die Regeln, du darfst nur einen Affen platzieren, hast 60.000 Startgeld, ein Startleben. Das Ganze spielt sich in Runde 87 ab, Affenwissen ist hier deaktiviert und hier ist so ziemlich alles aktiviert, was geht. Okay, los geht's! In Runde 87 kommen vier Z-OMGs und die haben 2000% Gesundheit, das heißt, du kannst es vergessen, die platt zu machen. Und eine alte Bloons-Weißheit lautet, wenn du etwas nicht zerstören kannst, dann lass es verschwinden. Und genau das tun wir und zwar mit dem Freibeuteraffen und der kommt hier hin. Schön aufs Wasser, nicht aufs Grüne. Und dann bekommt er als Verbesserung hier die Stufe 5. So, jetzt musst du dein Spiel langsam laufen lassen, sofort die Fähigkeit einsetzen. Dann, sobald er den Z-OMG an Deck zieht, verkaufst du den, platzierst den nächsten Freibeuteraffen, machst sofort wieder die Stufe 5 Verbesserung, setzt die Fähigkeit ein. Und das Ganze muss halt viermal passieren und zwar so schnell wie möglich. Deswegen empfehle ich dir hier mit Tastenkürzel zu arbeiten, okay? Also, dann legen wir mal los. Ich lasse das Spiel laufen, zack, setzt die Fähigkeit ein, verkauft den Freibeuteraffen. Hier kommt der nächste hin, zack, Fähigkeit wird eingesetzt, er wird verkauft. Das ist dann Nummer 3, zack, Fähigkeit einsetzen, verkaufen. Und hier kommt die Nummer 4, zack, Fähigkeit wird eingesetzt. Und das ist der letzte Z-OMG, der hier an Deck gezogen wird. Okay, das ist der Sieg. Ich bekomme hier 90 Hafendollar und einen Zauberaffen mit 2,03. Okay, das war's. Danke fürs Zuschauen. Ciao, Ende und aus.